Also das ist jetzt die Hütte. Sind sie jetzt alle hier Nadine? Ja. Oh! Die zwei schönen Damen. Dominic, schau nicht hier. Schau mal die schönen. Ja Nadine, erzähl mal. Drei wunderbare. Drei? Wir sind die drei Lehrerin von Asch. Alle in Asch am Arbeiten mit den Kindern. Die haben Glück. Ja! Wenn ich nur auch noch Kind wäre. Es wäre gut, wenn das dann einfach abends kommt. Sie finden es manchmal nicht so toll. Kein Problem, ihr könnt mich einladen. Komm ich sie ihnen sagen. Machen wir ein bisschen Trommelworkshop und so. Und dann sage ich ihnen das. Alles Lehrerin. Also wie heisst du? Ich bin Heta. Und du? Annalena. Und du? Ich bin Nadine. Ich bin Thomas. Ich bin Thomas. Ich bin Thomas.